Sie haben eine überzeugende erste Hälfte gespielt, wenn unfassbar stark, er nimmt den Distanzschuss und macht ihn. Trotz der weiten Entfernung hätte er nie und nimmer so weit zum Schuss kommen dürfen. Ein super Tor. Was für ein Traubtor, da hat ihm viel zu viel Platz gelassen. Und dabei ist er noch von seinem Torraum aus der Distanz bekannt. Ja genau, sowas wollen wir hier sehen. Was für ein Distanzschuss. Und der Kugel.